Hallo liebe LASK-Fans, ihr spricht Barbaro Berwan. Falls ihr nicht am Sonntag mit der Barbara Stöckel frühstücken möchtet, dann könnt ihr morgen Abend mit mir zu Abend essen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch. Und zwar schnappt ihr euch ganz einfach das Abendessen eurer Wahl, setzt euch vor den Computer und um Punkt 19.08 kommt das große Interview mit mir. Ich hoffe, es gefällt euch.